Junge, wie schnell bist du ja? Wie, äh, äh, äh... Was? Scheiße! Ey, sag gar nichts! Was ist los? Wie, was ist los? Warum lachst du? Gleich nehme ich dich auseinander. Ach, Junge. Egal, egal. Die erste Kategorie. Teams in der Premier League. Äh, Liverpool. Chelsea. Man City. United. Breuton. Arsenal. Äh, Leicester. Äh, pff, scheiße. Äh, ach du Scheiße. Liverpool. Hatte ich am Anfang, oder? Ja. Scheiße. Man, gucke jeden Tag Premier League, aber vergiss mal, Alter. Ich hätte auch keiner mehr gewusst danach. Ehrlich? Ich hätte die ganze Zeit überlegt. Ich hab nichts gefunden. Warte mal. Newcastle. Ja, es gibt noch richtig viele. Ja, egal. Komm, weiter. Die nächste Kategorie lautet Schulfächer. Alter, falter. Komm. Soll ich anfangen? Mhm. Geschichte. Mathe. Äh, Englisch. Deutsch. Französisch. Sozialwissenschaften. Physik. Sport. Äh, Deutsch. Hast du? Scheiße. Was ist los? Wie, was ist los? Nächste Kategorie lautet Pizza-Beläge. Was? Pizza-Beläge. Boah. Okay. Salami. Äh, Pizza-Succo. Muss drücken, wo? Äh, Mais. Hollandaise. Schinken. Äh, Margarita. Äh, ist so. Äh, sag gar nichts. Äh, wer ist dran? Du, Junge. Schöck? Ah, keine Ahnung, ja. Margarita. Aber hätte ich Margarita auch gesagt, im Eifel ist gefehlt. Ja, ist mein Dinger. Gebt's auch. Tja, das ist jetzt ja auch ein Belag, ist ja nicht, das ist einfach nur Käse, ne? Nächste Kategorie lautet Trainer der ersten Bundesliga. Okay, jetzt. Alter, jetzt. Soll ich anfangen? Erdin Telsic. Julian Nagelsmann. Äh, Christian, ich streich. Äh. Ja, ey, ey. Xabi Alonso. Was? Äh, warte mal. Äh, Marco Rose. Ähm. Wie? Äh, 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 äh. Wie heißt das? Ah, ich weiß. Ja. Ähm. Ach, ist vorbei, ist vorbei. Ich hab keine Ahnung. Ist vorbei. Sandburg schwarz, Mann. Mal ein Spiel gewonnen, ja? 3-1. Sehr schön. TV- oder Streaming-Serien. Was? Serien. Serien. Ach du Scheiße. Boah. Ach so. Queers on Break. Breaking Bad. Äh, Sweet. Äh, Queer to South. Boah, Bruder. Was für ne Serien. Warte, warte. Drück mal. Boah. Was für ne Serien gibt's denn? Alter. Was guck ich? Ach, keine Ahnung. Vorbei. Ach, keine Ahnung. Scheiße. Was für ne Serien gibt's denn? Was guckst du aktuell oder hast du es aktuell gesehen? Gar nichts. Danke schön. Ja, bitte. Wollt ihr noch eine spielen? Lass mal mit Länder machen. Okay, machen wir Länder. Länder? Ja. Fangen wir an. Germany. England. Brasilien. Frankreich. Äh, Österreich. Ukraine. Ja, Junge, wie schnell bist du? Ja, Kamerun. Ungarn. Ghana. Türkei. Äh, Holland. Burkina Faso. Alter, du kommst ja so, äh, wie heißt das denn? Wer war denn bei uns? Äh, Kanada. Katar. Ah, sowieso. Tom ist schnell. Finde ich gut. Egal, ja. Glückwunsch. Warum lachst du? Gleich nehme ich dich auseinander, Mann. Matthias Buro. U�, Mann. rh